Sind sie nicht hübsch? Kopf, Hals, Höcker. Das sind die Hauptkriterien eines ganz besonderen Schönheitsbettbewerbs in Abu Dhabi. Der Aldafra Beauty Contest für Kamele hat zum 17. Mal in der Hauptstadt der Emirate stattgefunden. Die Juroren haben strenge Maßgaben. Die Körperhaltung der Wüstschiffe ist ganz besonders entscheidend. Dieses Jahr gewann Fatsa, Misk und Azayem. Übrigens, Botox-Injektionen, Gesichtstraffungen und andere kosmetische Eingriffe, um die Kamele attraktiver zu machen, sind strengstens verboten. Ja, es scheint Menschen zu geben, die auf solche verrückten Ideen kommen.